Und plötzlich ist sie da, die unberechenbare, unheilbare Erkrankung Multiple Sklerose. Die Diagnose kann jeden treffen. Aber das Leben geht weiter, nur anders. Helfen Sie der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, den Betroffenen neue Perspektiven zu eröffnen und Chancen wahrzunehmen. Wenn Sie mehr wissen wollen über MS und die Menschen in dem Spot, besuchen Sie uns auf www.dmsg.de.